Die zwölf Dschungelcamp-Kandidat-Innen sind zurück in Deutschland. RTL hofft, dass Kim Virginia Hartung erstmal nicht nach Australien zurückkehrt. Auch nach dem Dschungelcamp bestimmt Kim Virginia Hartung die Schlagzeilen. Wie wir euch bereits berichtet haben, wandelte der Reality-Star in Australien mit einem der Sicherheitsmänner an, die sich vor Ort um die Kandidat-Innen kümmerten. Er möchte mir das Surfen beibringen, und wir haben einige Tage vor dem Camp zusammen verbracht, berichtete Hartung. Dschungelcamp. RTL unterbindet Kontakt zwischen Kim Virginia Hartung und dem Ranger. Und das scheint RTL gar nicht zu passen. Wie Hartung jetzt in einem Interview mit Bild berichtet, zog RTL Konsequenzen, nachdem der Flirt publik geworden war. Gegenüber der großen Tageszeitung erklärte sie, dass RTL ihr verboten habe, ihn weiterzusehen. Wir wollten uns undercover treffen, aber keine Chance. Dschungelcamp. Kim Virginia Hartung behauptet, dass Mike Heiter Sex von ihr wollte. Doch das ist nicht die einzige Nachricht aus der Welt der Kim Virginia, die aktuell für Aufsehen sorgt. Auf Instagram behauptete sie, dass ihr Verflossener, Mike Heiter, nach dem Finale um 3 Uhr nachts vor ihrer Tür stand, und Sex wollte. Heiter streit das ab. Dschungelcamp. Mike Heiter will nichts mehr mit Kim Virginia Hartung zu tun haben. Scheint nicht so, als ob zwischen den beiden in naher Zukunft Frieden einkehren wird. Dabei hatte Hartung in der Sendung. Das große Wiedersehen, noch versucht, die Wogen wieder zu glätten und entschuldigte sich bei ihrem vermeintlichen Ex. Sie hätte gewisse Dinge aus dem Privaten nicht in die Öffentlichkeit tragen sollen, so Hartung. Die im Camp über Themen wie Heiters Tochter mit Elena Miras oder seine Penislänge gesprochen hatte. Ich bereue, dass ich zu weit in Mikes Privatsphäre eingedrungen bin, insbesondere was das Sorgerecht für sein Kind betrifft. Das war ein Thema, das mich während unserer Beziehung stark belastete, hatte sie im Vorfeld der Reunion-Show bereits gegenüber, Bild, angegeben.